Anstoß! Und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Könnte was werden. Oh mein goodness! Was hast du gemacht? Oh mein goodness! Absoluter Zauberfußball. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal die Zeitlupe angucken, um zu verstehen, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Ich habe das nicht mehr Zeitlupe angeln.